Hallo Leute, ja, willkommen hier zu einem kleinen, spontanen Infovideo. Ja, das mache ich jetzt nur, weil es geht jetzt um, also wir spielen jetzt gerade hier auf dem Mindplex-Server so ein bisschen, ähm, wie heißt das? Blockhand, ähm, ja, mit dabei ist mein werteherr Bruder. Yeah, hallo. Ja, der ist ein bisschen leise, weil, äh, Skype ist scheiße. Visit us on YouTube, okay. Naja, auf jeden Fall, jetzt geht die Runde los und, ähm, dieses Video mache ich eigentlich nur, weil, ähm, ich eine Umfrage machen möchte, wegen... Ach, was... Oh, toll, ich bin Hunter. Ich möchte eine Umfrage machen, nämlich, ähm, neues Projekt. Ob ich hier, äh, ob wir jetzt, äh, Minecraft, PvP und was war das andere? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Multiplayer-Let's-Play war das, ne? Ja. Zwischen den beiden Varianten wollten wir jetzt, ähm, auswählen. Und, ja, mache ich nämlich jetzt mit der Infocard so eine Abstimmung und dann könnt ihr gleich mal abstimmen. Also, Multiplayer-PVP muss ich, glaube ich, naja, viel erklären, gut. Wahrscheinlich eher schon, aber... Halt Multiplayer-PVP, behalt Multiplayer-PVP jede Folge. Ne andere PvP-Map. Wir haben uns dann nämlich so eine Map runtergeladen. Da sind so drei, vier, fünf, sechs Arenen. Ein, zwei. Zwei nur. Ja, dann... Also, es sind so zwei Arenen drauf. Da werden wir erst mal die beiden abarbeiten. Und dann holen wir uns noch ein paar andere Arenen, auf jeden Fall. Und, warum läuft das mit... Alter, ich kann mit Feldern mit knapp 70 FPS aufnehmen. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Ja, 60. Gut, aber trotzdem, das hatte ich bis jetzt noch nie. Alter, das ist scheißendunkel, merke ich gerade. Ja, ich muss jetzt auch mal hier gucken. Okay, seit dann gehen die so einfach... Da war doch gerade ein Topf. Ach, das ist doch... Hast du gerade ein Topf? Hast du gerade gekillt? Nein, der Topf war... Ich, äh, kein... War kein Haider. Ah, Töpfe, das sind... Ja, bei Töpfen... Bei Töpfen kannst du nicht doch immer, wenn in den Häusern ein Topf ohne Dich steht. Ja, Leon, du brauchst mir das Spiel jetzt nicht erklären, okay? Ja, ich würde ja in den Töpfen stehen, aber es ist dann meist ein Haider. Ach, du bist doch hier. Bist du auch hier, oder was? Ja, ich bin hier. Alter, ich finde hier bei solchen Spielen irgendwie nie wen. Ach, hier war ich gerade eben schon mal. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das mit der Abstimmung jetzt. Und dann könnt ihr jetzt... Könnt ihr jetzt nämlich entscheiden, ob Multiplayer Let's Play, weil in dem Multiplayer Let's Play... Würde ich dann einfach wieder auf meinem... äh, auf meiner alten Mod-Pack-Welt weitermachen, da hab ich ja schon mal... so... ...zwei, drei Folgen, glaub ich, hochgeladen. Hier oben ist einer, aber ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Aha. Lass es nicht in die Luft gehen. Ist aber auch kein Haider. Doch, ich hab gerade einen Haider. Ich nicht. Warum findest du die? Ich find die nie. Ich find da keinen. Oh, bei mir leckst das, ey. Bei dir, bei mir nicht. Ich hab nur manchmal ein echt Bad-Ping, aber... Naja. Ich bin bisher aber auch nicht da, wo die ganze Zeit Explosionen sind, ne? Ich bin... Oh, schluss. Nicht die Kiefer-Lieder, wenn man das. Keine Ahnung, eins weiß ich auf jeden Fall. Ich find hier keiner. Also, ich find keine Leute. Ey, ich bin generell in solchen Spielen bin ich extremst schlecht. Auf der Mauer, auf dieser Mauer, wo die Leiter sind, können wir mit ihm nicht vorhaben. Ich bin schon mal vor uns. Ich... Oh, das war mein Arm. Wir machen das jetzt so lange, bis ich den Haider gekillt hab. So lange, bis ich den Haider gekillt hab. Ich mach die Runde noch zu Ende und dann ist gut. Ist mich verraschend. Wir können doch auch schon mal, ne, vielleicht so noch mal auch nochmal zusammen machen. Ja, ich muss doch erst... Ernsthaft? Es waren doch noch sechs Minuten über, oder nicht? Ach, so! Wir haben alle getötet. Ach so! Ja, du bist grad arschleise. Ja, weil bei mir waren grad die, ähm... Die Ingame-Sounds sind bei mir arschlaut. Ja, mach es. Vielleicht können wir jetzt noch einen anderen Mode machen. Nein, ich beende das Video jetzt hier. So, ja, das war jetzt ein... In der Lobby ist es extremst nicht mehr flüssig. Naja, das war jetzt eine, ähm, sehr schnelle Runde. Deswegen wollte ich... Deswegen... Das ist jetzt nur fünf Minuten, aber es ist auch nur ein Infovideo mit Abstimmung, wie gesagt, hier. Ja? What the fuck, was war das? Naja, auf jeden Fall, ähm... Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von... Was ist denn jetzt als nächstes dran? Erstmal schön auf den Upload-Plan gucken. Was ist denn heute? Heute ist Montag, ne? Eigentlich sollt... Ja, kommt ja heute Minecraft. Ähm... Heute kommt auch noch, wenn's gut läuft, kommt heute noch Firewatch. Und dann kommt morgen Stardew Valley. Ja. Mittwoch hab ich frei. Ja, im Mittwoch hab ich sowieso frei. Dann kann ich am Dienstag die ganze Nacht irgendeine Scheiß aufnehmen. Weil, ja... Nein, am Mittwoch. Naja, auf jeden Fall, würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn es wieder heißt, irgendein Let's Play. Ja, bis dahin. Und dann... Und dann... Und dann...